Hallo zusammen und einmal mehr herzlich willkommen bei Freakish. Heute machen wir zusammen eine halbe Schweiz-Tournee. Wir führen unsere Party-Marathon in Schlieren an. Hier feiern heute DJ Antoine's Party. Die Leute mussten alle ganz in Weiss kommen. Die sagen eigentlich eines, die Leute sind so weit an. Kameramann, mach bitte mal einen Schwenk. Wir können gar nicht so weit schwenken, wie diese Leute hier überhaupt anstehen. Also wir gehen jetzt mal rein und schauen, was hier abläuft. Dann sitzen wir in das Auto und fahren direkt in Wankdorf Club nach Bern. Dort liegt nämlich eine richtige Koryphäe im Hausbusiness auf der Lidl-Louisweg. Also wir können uns auf einiges freuen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich mal zusammen rein. Was bindet euch eigentlich mit dem DJ Antoine? Ganz anders habe ich ihn kennengelernt. Und zwar haben wir Advents-Tische dekoriert in einem Möbelhaus vor zwei Jahren. Und wir hatten ein Battle, wer dort ist, schöner gekriegt. Ich glaube, ich weiss gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, er hat es besser gemacht. Also man muss ehrlich sagen, ich kenne Antoine schon einige Jahre. Wir haben immer eine freundschaftliche Beziehung. Wir haben wirklich eine gute Beziehung zusammen. Wir sehen das zwar selten, weil er ist viel unterwegs. Wir sind viel unterwegs. Aber ich finde, er macht total gut. Er macht seine Geschichte und die macht er gut. Ich glaube, meine ersten House-Music-Party-Erlebnis hatte ich mit der Musik von Antoine. Ich bin ja noch nicht so alt. Und ja, er ist so der, der einen eigentlich immer so ein bisschen begleitet. Immer im Partyleben. Man gehört seinen Namen immer. Er ist einer der grössten Namen in der Schweiz, was DJ anbelangt. Und ja, er macht halt Musik, die so viele Leute anspricht. Auch nicht nur die, die wirklich voll auf Haus sind, sondern halt so ein bisschen Mainstream. Das finde ich eigentlich noch cool. Und was ich noch lässig finde, er hat recht viele Freunde. Und dann triffst du irgendwie immer alle an seinen Partys wieder. Und das ist mega schön. Neben mir jetzt der Gastgeber vom heutigen Abend, um den Mann, wo es eigentlich geht. Der steht jetzt neben mir, Antoine. Hallo. Hallo. Jetzt bist du, denke ich mal, würdest du schon sagen, der erfolgreichste DJ der Schweiz. Und das steht seit ganz, ganz vielen Jahren. Was ist sein Erfolgsrezept? Wie hast du das geschafft? Und es bleibt immer gleich? In Berne würde ich sagen, dranbleiben. Ich sage mal, man muss sich halt immer wieder neu erfinden. Man muss kreativ sein. Man muss versuchen, etwas anderes zu machen, als die anderen machen. Und die Party kostet auch mich extrem viel Zeit, Investment. Es ist nicht immer so, dass der Sponsor kommt und sagt, du bist hier, du hast Geld, du machst alles. Die Idee und alles, das ganze Team braucht es, dass es funktioniert. Und dann muss man halt immer wieder mit neuen Ideen, mit neuen Creative Moments kommen und sich halt wieder versuchen, neue zu finden. Und ich denke, das macht dann einfach den Unterschied aus, den zueinander einzugehen. Antoine, wenn man dich so anschaut, es glimmert überall ein bisschen in deinem Gesicht. Hast du schon hinter einem Vorhang mit irgendeiner umgeknutscht, der glimmert? Du hast doch so glimmert, also ich habe mit dir umgeknutscht. Die hat eben den Glimmer am Mund. Scheisse. Entdeckt. Nein, wir haben eine Special Surprise auf dem WC. Im WC gibt es eine grosse Badewanne. Eine alte Badewanne. Und dort ist eine junge Girl drin. Ich habe aber nicht mit ihr rumgeknutscht, aber ich habe eine drei Küsschen gegeben. Und jetzt bin ich ein bisschen voll. Und sie ist so ein bisschen unser Handy-Girl, die Pictures macht aus der Badewanne für den guten Gästen. Last question, Antoine. Viele Fans in der Schweiz, viele Leute, die etwas erwarten. Was kann ich dir erwarten in der nächsten Zeit von dir? Du, es kommt immer wieder etwas Neues von mir, dass die Leute noch nicht richtig ein bisschen gribbelig sind. Mein nächstes Ziel ist nach dieser Party, eine Party in einem Schloss zu machen für 300 Leute in einem riesigen Rittersaal. Das wäre für mich der nächste Step. Wow, und ich hoffe, dann sind wir alle wieder eingeladen. Herzlichen Dank, Antoine, weiterhin ganz viel Erfolg und danke für die Einladung mit Freis Dozi. Merci dir. Wir kommen langsam in vier Launen. Wir müssen uns an dieser Stelle leiden, von hier verabschieden. Wir sagen Bye-bye Zurich and Hellburn.